Herzlich Willkommen auf diesem Kanal zur technischen Mechanik. Mein Name ist Markus Orthaber und ich bin Senior Lecturer am Institut für Mechanik der Montan Universität Leoben. Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit Blended Learning und Flipped Classroom Szenarien und die dadurch entstandenen Videos sollen nun sukzessive öffentlich gemacht werden. Dabei handelt es sich vor allem um Screencasts von Übungsbeispielen zur Statik, Festigkeitslehre und Dynamik. Ich hoffe dadurch auch eine größere Zielgruppe für die Schönheit der Mechanik begeistern zu können und freue mich schon auf die zahlreichen Kommentare. Viel Spaß!